Aber ich hab auch noch keine Taktik, also ich fahr einfach jedes Mal anders so ein bisschen. Ein bisschen weiter, warte, wir machen jetzt mal so. Wir fahren jetzt mal so an. Und jetzt fahren wir hier ein bisschen rüber. Oh, und die Kerze! Oh! Nein! Oh, ja! Genau wie bei mir! Hakuna Matata, Muchachos! Seid herzlich willkommen! Wir zocken jetzt ein Loser-O-Death-Skill-Parcours! Mit dem Auto haben wir, glaube ich, bisher noch nie ein Rennen gehabt. Hallöchen Deko! Bonsoir, Muchachos! Wir nehmen jetzt den Duke-O-Death-Wagen. Keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Sieht ganz schön gefährlich aus. Sieht geil aus! Mal sehen, was dieser Skill-Troll für uns übrig hat. Bitte starten Sie das Game! Seien Sie bereit! Skills! So, Skill-Parcours und auch ein Choll-Parcours. Das heißt, sie werden wahrscheinlich richtig auseinandergenommen. Die Karre sieht aber sehr stabil aus. Im Ponte. Bei Mabossa steht hinten drauf Impotente. Ich höre dir gar nicht zu! Wahrscheinlich können wir uns gar nicht kaputtballern, weil der sieht ja schon gut gepanzert aus. Er sieht so aus, als wäre er relativ stabil. Und? Wo ist der Punkt? Wo ist der Punkt? Hallo? Hier reinfallen? Du bist... War das richtig? Ja. Ja! Ja, ich fass auch durch! Lol, ohi, lol. Achso, andersrum wären wir gar nicht reingekommen. Deswegen, Troy-Parcours! Also, entweder ich habe gerade keine Affenbomben dabei oder man kann keine Affenbomben auswählen. Nein, kannst du nicht, weil du... Guck mal dein Fenster an, da passt doch nichts durch! Du kannst gerade durchschießen können. Du kannst gerade durchschießen können, ja? Du kannst gerade durchschießen können, ja? Ja, aber durchschießen können. Hä? Gehen deine Reifen nicht kaputt? Hast du einen Panzerreifen? Weiß ich nicht. Ich zerballer dich gerade richtig! Aber die Reifen sind ja auch ziemlich versteckt bei dem Weg. Ja, das stimmt. Ja, da hast du... Oh, seitlich! Seitlich! Nein, ich habe den Punkt noch nicht! Nein, ich habe den Punkt noch nicht! Aber auf jeden Fall ist du... Also, wenn man direkt verschießen kann, haben sie jetzt zerschlossen. Alter, please! Ich will dich doch trollen! Ich fürchte, die sind Kugelsicher. Krasses Ding! Müssen wir da durch? Hier lang? Da habe ich den mal easy weggeflext. Der kann überhaupt nicht. Wollt gerade außenrum zurückfahren. Wow! Was? Was? Bitte, Mann! Wie konnte das passieren? Da habe ich mal Bossa mal eben weggeflext. So, auf geht's! Was haben wir überhaupt nichts zu tun? Oh, Insta-Karma, Alter! Insta-Karma! Karma ist eine Bitch! Ist echt so! Karma ist eine richtige Bitch! Bleiben Sie stehen bis dahin! Und jetzt wird hier echt getrollt, weil jetzt gibt es irgendwie drei Wege oder sowas und nur einer davon führt ins Ziel. Ins Ziel direkt? Na, ins Ziel weiß ich nicht, aber nur... Ich denke mal nur... Deko nimmt die Gäufe in die Mitte? Ich nehme Mitte. Langweilig. Ich habe keine Ahnung. LOL, LOL, LOL! Ich bin runtergefallen. Karma, lass mich in Ruhe, Mann! Nein, nein, nein! Oh! Oh, ich konnte mich retten! Oh, hier in dem mittleren Teil war... Wasser einfach. Aber ich habe es geschafft, da durchzukommen. Obwohl ich komplett reingefallen bin. Okay. Okay, was ist hier? Hier rüber ist zu Ende. Hallo? So, fahren wir mal einfach durch. Hallo? Nein, der hat den Punkt! Scheiße! Ja, ne. Also, ja, aber ne. Hä, wie denn? Was denn jetzt? Ah! Okay. Also, war Mitte richtig? Nee. Echt nicht? Nee, aber er ist ein ganz schöner Asi. Man kommt trotzdem auf die Plattform, wo der Punkt ist, aber man kann den Punkt nicht einsammeln, weil ne Watt davor ist. Hä, wie kommt man denn aber... Wieso will man denn... Ah, da führt doch gar keine Röhre hin! Ach doch, da oben! Okay, dann weiß ich jetzt... Ah, shit, Mann! Also, wir weiter nehmen den falschen Weg. Ja, ja. Hallo, Deko! Ich glaube, er träumt uns schon wieder. Meinst du? Ja, und ich glaube, ich hab den Träumt sogar entdeckt. Ich fahr dir einfach hinterher. Warte mal. Ach so, meinst du da unten einfach... Ah? Warte, ich schau mir das auch noch mal an. Hä, nein, nein! Er ist ein richtiger... Ich war jetzt überall drin... Richtiger Choba, Alter. Er ist ein richtiger Choba, aber ich hab's entdeckt! Es ist richtig. Was ist jetzt richtig? Hier, wo ich jetzt lang fahre. Guck mal. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Please! Aber, Bissiö, du musst früher aufstehen, um den guten Deko zu verarschen. Oh, ey, das hätt ich nie weiter, Dick. Wobei ich aber beim ersten Mal, dass ich in die Röhre gefahren bin. Well fucking played! Da wär ich im Leben nicht drauf gekommen. Beim ersten Mal bin ich in die Röhre gefahren, ne? Deswegen... Ja! Ich verstehe! Oder? Warte mal... Ne, eigentlich muss es... Aber... Vielleicht... Aha! Ne, man ist ja... Es gab ja extra einen Weg dahin. Das Ding ist nur... Oh! Alter! Alter! Wasser! Dreh dich! Water! Was muss ich jetzt? Achso, hier geht's... Okay. Oh! Wir haben den Punkt, jetzt geht's in die Richtung weiter. Aha! Ah! Nein, 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 nein! Oh, ich hab den Punkt! Ja, 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 ja! Oh, es wär so schön gewesen, dass du da drin abgesoffen! Niemals! Hey, Deko, warte doch auf deinen Freund hier! Was ist denn da los? Was? Wait for me! Bitch! Alter, wie Affi ist er? Warte, ich bremse ab! Wie Affi! Hä? Nein! Ich hab jetzt extra abgebremdet! Alter! Ist es dein Ernst? Haben wir da drin landen? Drauf? Hey! Ja! Weil das möglich ist! Ich hab's fast geschafft! Echt? Ich bin... Ich bin... Sogar... Fast drauf... Also ich war schon teilweise drauf, aber... Pfeifen mal Autos dagegen gebannert. Ist das mittig? Oder weiter rechts? Oder... Ja, das versuch ich gerade raus zu finden. Es ist... ziemlich mittig, würd ich sagen. Oh... Oh... Was?! Was?! Eine Autobreite weiter rechts gewesen, wär ich reingekommen. Ich bin explodiert! Aber ich bin nur dagegen geknallt. Jetzt auch nicht hinbekommen. Okay, aber dann brauch ich mehr Speed, weil ich hab ein bisschen abgebremst und man braucht schon eine gewisse Weise. Und man braucht nicht Full Speed. Also nochmal... Spielen! Wo ist eigentlich mein Maximum im Zoll? Ich leh mich sogar komplett kerzen... Kerzenmäßig nach vorne. Drive by, bitch! Hä? Aber diesmal bin ich noch weiter... Ich bin rechts, weiter rechts abgesprungen, bin aber viel, viel weiter links gelandet. Nein! Aber warum? Ich war drin und dann drehe ich... Oh, ich war drin... Und dann explodiere ich! Please, man! Das Ding ist wirklich nur... Hä? Aber wie hast du es denn geschafft, zu explodieren? Ja, ich musste ein bisschen seitlich fliegen, um da durchzukommen. Dann bin ich da durchgekommen. Bin aber dann seitlich gegen die Wand geknallt. Hab mich einmal gedreht und bin auf dem Boden explodiert. Danke! Die Kerze! Die Glücksschwer hat heute leider keinen Zahn für dich. Ey! Ich schaff's! Ich schaff's einfach nicht da rein! Ich weiß nicht wieso. Ich springe weiter rechts ab. Nein! Ich springe weiter links dahin. Nein! Hata Tobak! Aber ich hab auch noch keine Taktik. Also ich fahr einfach jedes Mal anders, so ein bisschen. Ein bisschen weiter... Warte, wir machen jetzt mal so. Wir fahren jetzt mal so an. Und jetzt fahren wir hier ein bisschen rüber. Und die Kerze! Oh! Nein! Nein! Genau wie bei mir! Ey, aber ich bin... Nein, ich bin rein... Ich bin rüber geflogen. Fuck! Über die Absperrung bin ich geflogen. Ja? Bin auf dem... Auf diesen roten Seitenteilen gelandet. Aber wir sind da so schräg nach unten gerichtet. Und dadurch, dass ich dann dadurch so nach unten geflogen bin, wurde ich explodiert. Close! Richtig assi, Alter! Ich hatte mich richtig schön hin manövriert. Auch seitlich gelegt noch extra. Oh! Baby! Baby! Ey, das kann doch nicht wahr sein, Mann! Oh, ich bin... Nein! Ich dachte es wäre nice, aber es hat wirklich... Ein bisschen gefehlt. Minimal! Das ist ein harter Punkt. Aber der ist geil! Richtig schön! Gerade mit so einem Muscle Car. Noch nie gefahren das Ding. I like! So, gerade werden. Aber ich schaff's tatsächlich nie an diese Öffnung zu kommen. Nein! Ich bin doch... Ich hab mich sowas von perfekt gedreht und dann hatte ich aber zu wenig Speed. Wenn, dann flieg ich immer so knapp über die Absperrung drüber. Ich schaff es nie in dieses Loch reinzukommen. War gerade wirklich perfekt! Aber diesmal machen wir es ein bisschen anders. Oh! Speeden! Oh nein, das war... Das war nicht perfekt, aber weiterhin W drücken. Wollen wir nach vorne? Ey, das... Ich check einfach nicht... Egal ob ich rechts oder links abspringe. Von dem Teil. Nein! Ich flieg immer weiter links. Echt? Immer? Ich schaff es nicht zu diesem Loch hinzukommen. Okay. Ich schau mal wo du abspringst jetzt. Ich fahr einfach ein bisschen weiter rechts. Oh! Nein, das bringt ja nix. Ich bin ja auch schon... Lol. Ich bin ja auch schon viel weiter rechts und links abgesprungen. Aber ich komm immer nach links. So, jetzt Baby! Oh ne, das war ein richtiger Scheiß-Strike. Eigentlich brauch ich gar nicht weiter zu machen. Aber vielleicht komm ich da drüber! Ne. Viel zu weit rechts. Viel zu weit rechts. Und ich glaube, drüber bringt echt nichts. Es sei denn, du schaffst es gerade liegend drüber zu kommen. Ja, ja, genau, genau, genau. Das ist eben das Ding. Beat! Weißt du was ich brauche? Ich brauche das Monkey Marvin Song Dingens. Ey, mach ihn gleich an. Ich lande nicht mehr auf der Plattform jetzt. Ich springe links daneben. Nicht mehr die Plattform berührt. Obwohl ich mittig abspringe. Oh shit! Irgendwie verstehe ich das nicht gerade. Ich bin noch zu weit links. Ein Augenblick mit Taktos. Aber ja, du springst auch zu weit links, ne? Heute gibt es wieder eine Scheiß-Folge. War noch nie zu weit rechts. Hallo, wir sind die Losers. Heute gibt es wieder eine Scheiß-Folge. GTA. Der Satz ist einfach so ewig. Oh, ich bin drinne! Was? Ich hab's geschafft! Nein, oder? Oh! Oh! Alter, ich war gerade fast eingeklemmt zwischen diesen Dingern. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Was kommt hier jetzt? Was ist das hier? Nein! Oh, ich bin aber richtig knapp nur auf... Alter. Also es war kein... Das ist schon ein harter Tobak hier! Es war kein... Kein schmuhes... Durchgefahren. Oder durch... Nein. Alter, ich hätte gerade fast das Stoppschild wieder... ...ins Wasser geschmissen. Das Ding ist, man fährt da rüber, aber... Hier geht die Strecke, geht genau... ...gerade runter und... ...genau da, wo die... ...wo die Plattform wieder gerade anfängt... ...ist das Stoppschild. Ah! Das heißt, man fährt richtig hart gegen diese Scheiß-Schienen von dem Stoppschild gegen. Okay. Okay. Es ist nicht easy, da rüber zu kommen. Du musst da aufpassen. Achso, da ist doch noch kein Punkt vorher. Ne, der Punkt ist dann nach dem Stoppschild. Ach du heilige Scheiße! Also da, ich wäre gerade fast zweimal ins Wasser geschoben worden von dem Stoppschild. Okay, 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 okay. Wir haben's. Weiter, weiter. Beziehungsweise zurück, zurück. Oh, wieder viel zu weit liegen! Das ist auch wieder so eine gewisse Stelle. Bei den Spiralen musst du auch noch mal aufpassen. Also der Herr, er ist manchmal echt böse. Und das war sogar so ein Teil, das habe ich noch nie gesehen von irgendwem anders. So eine Verarschung. Ist mir zum ersten Mal anders gekommen. Finde ich aber gut. Hito! Finde ich gut! Und jetzt wird hier wieder mit der grünen Spirale nach oben gepimmelt, Marvin. Merkst du, wie der Abstand zwischen uns immer größer wird und du keine Chance mehr hast? Bitte lassen Sie mich hier durch! Na! Das ist ja schon gleich das Ziel! What the heck? 12 von 16, willst du verarschen oder was? 12 von was? Ich bin jetzt bei Punkt 12 von 16. Das heißt, so viel kommt gar nicht mehr. Loll, da bin ich schon beim letzten oder was? Warte mal, ziehe ich dir das Ziel schon? Loll, ich sehe das Ziel schon. Einen Punkt habe ich noch in meinem Ziel. Ich will da rein! Ah, zweit, links! Ach, Gas, 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 Gas! Komm hoch! Geh doch! Ah, ah, Spirale fahren Therefore? Der will mich inhaliert so nicht ganz easy mit dem. Ah, ha, ha! Alter! Spirale fahren ist ganz und gar nicht easy mit dem. shred, okay. Zumindest, wenn die Spirale nochmal gerade wird und man dann wieder weiter Spirale fahren muss, Alter, das ist so ein One in a Million Jump. Ja, da muss ich auch echt sagen, also ich habe keine Ahnung, wie man, also ich habe halt, ich bin irgendwie abgesprungen. Ich habe auch versucht irgendwie ein Muster rauszufinden, wie man abspringt, dass man irgendwie weiter nach rechts oder links kommt. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe das Gefühl, egal wie ich abspringe, ich komme immer weiter nach links. Alter, ich bin gerade schon wieder fast bei der Spirale abgeschmiert. Okay, viel, viel weiter links. Ich finde das Auto geil, also Parkourdinger damit finde ich fresh. Nein, ich bin schon wieder zu früh. Du kommst immer zu früh, Deko, das sei noch deine Kranke. Ich mache das Ding jetzt schon zum fünften Mal, Alter, und ich fliege immer neben die Straße. Ich habe den Strich. Oh, Baby, komm Baby. Und dann, dann wieder zu, minimal zu weit links. Ey, das ist immer so ein Millimeter beim Absprung. Ja, das, also ich muss zugeben, es, also die Stelle finde ich, finde ich sehr random. Random. Ja, ja, und finally, Alter, endlich habe ich den Scheiß hier geschafft. Ey, krauen mir die Nüsse. Alter, das war so huren-sönlich. Aber, ich fürchte, er verarscht mich hier wieder. Ich muss, glaube ich... Ne, muss ich da auch nicht? Ah, ne, da ist da auch nicht. Okay. Okay, ich habe jetzt das... Oh, oh. Ich weiß nicht, ich glaube, das Ziel ist direkt nach dem Sprung. Ich glaube, wenn ich rein-dingsse, ist vorbei. Ja, dann macht das. Also, ich werde hier wahrscheinlich noch 20 Minuten brauchen. Ja, okay, dann, ich versuch's mal einfach erst mal. Hu, hu. Alter. Doll. Er ist, er ist so ein Assi, Alter. Der, warte. Ah. Der, der, das Ziel verbirgt sich hinter einer Wand. Ja. Die Wand ist komplett ausgekleidet mit diesen Holzdingern, sodass man erst mal dagegen springen muss, solange bis man das Loch in der Wand findet. Dein Ernst? Und das Ding ist, die Scheiße baut sich... Ich... Och. Ich merke gerade, die Scheiße baut sich immer wieder neu. Hä? Mit jedem Sprung, den ich mache, ist die, ist die Wand wieder neu. Dann müssen wir das gleichzeitig machen. Alter, wie assi ist das denn? Jetzt muss ich hier irgendwie richtig random springen und irgendwann das Ding finden, wo ich hin muss, oder was? Du musst den Beyblade machen. Mach den Beyblade, den Dreher, ich weiß es dir. Da fliegst du durch alle Dinger durch. Hä? Ja, aber da hinten ist doch eine Wand. Ach so, ja. Egal. Ich klatsche einmal gegen, da wo ich gegen klatsche, ist das Holz zerstört und dann fall ich runter. Komm, das soll... Pornös! Ah. Alter, das ist echt so random gerade. Also das finde ich schon fast ein bisschen zu random, muss ich sagen. Ah. Ich glaube, ich weiß jetzt, was ich mache. Ich glaube, ich habe das Rätsellösung nach 15 Minuten jetzt erkannt. Okay, ich habe jetzt geschummelt und bin jetzt an der Wand vorbeigeflogen einmal, um zu gucken, wo das Loch drin ist. Muss ich es nur schaffen, es zu treffen. Äh. Okay, ich bin zu schnell auf jeden Fall. Nope. Alter, aber das war... Ich hätte glaube ich, weiß ja nicht, noch 10 Minuten gebraucht, um den richtigen Punkten von mir jetzt alles nur zufallmäßig gemacht hätte. Das ist ja auch ein Loser-Skill und Troll-Race. Das finde ich aber geil. Vor allem weiß ich jetzt, wo das Ding ist und weiß aber noch nicht rausgefunden, wie ich tatsächlich da hinkomme. Ohne Gas geben. Oh. Ohne Gas geben war gar nicht so ein schlechter Trick. Hat aber nicht geklappt. Und da war ich. Oh. Aber Monsieur, ich muss sagen, auch diese Wand hier, die so verkleidet ist, wo man gegenspringen muss, habe ich auch noch nicht gesehen vorher. Jetzt war ich zu... Nein. Was ist los? Ich dachte, ich bin vorbeigesprungen, wollte respawnen, bin aber durchgekommen und bin genau vorm Punkt aus dem Auto ausgestiegen und dann ziel vorbeigeflogen. Please. Wahrscheinlich hat der Bauer selbst irgendwie 30 Minuten dafür gebraucht. Warum bin ich jetzt schon wieder so schnell? Oh. Oh, bei der Musik wäre es aber geil, wenn ich es geschafft hätte. Warum habe ich die überhaupt noch mal in der GTA-Playlist? Ja. 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 Oh. Deko Hates. Deko Hates. Oh, ich hab's endlich geschafft. Oh, komm meine Nüsse und jetzt schaffst du's auch drauf, oder? Alter. Wie du die Speed? Du hast du wie die Speed, ne? Das ist die ganze Zeit schon so gut Schadenschuss. Ich hab's leider nicht hinbekommen. Auch diese epische Musik hat mir nicht geholfen. Wenn's euch gefallen hat und ihr diese Map selber zocken wollt, dann zeigt erstmal den Gauber hoch, schaut in die Beschreibung, dort findet ihr den Map-Link, viel Spaß beim Selberspielen, bis morgen, reingehauen! Reingehauen, Muchacho!